Dieses Gefühl, daheim zu sein, kommt alleine durch die gesamte Anmutung des Fahrzeuges. Im Grunde genommen weiß man gar nicht, mit welchem Detail man anfangen soll, wenn man die Fahrzeuge zeigt, weil einfach alles durchdacht ist und alles Hand und Fuß hat. Mich am meisten überzeugt eigentlich gerade der Doppelboden, der das Fahrzeug ganz sicherlich nutzbar macht, ist für mich das Argument, das Fahrzeug auch zu verkaufen und auch einzubieten. Das erste Mal, wo ich wirklich auch das Malibu-Reisemobil-Gefühl bekommen habe, das war tatsächlich auf knapp 2000 Höhenmetern in Italien, wo wir mit dem schönen Doppelboden dann abends saßen und schön warme Füße hatten, man nicht rauslaufen musste, in die Kälte wieder zurück, um dann Getränke und Ähnliches rauszuholen. Und das war tatsächlich der erste Moment, wo man wirklich gesagt hat, das Konzept passt, es funktioniert. Die kleinen Veränderungen sind es eigentlich, die es dann ausmachen, die das Preismobil mal gut immer perfekter machen. Hier wird dem Kunden zugehört, was er möchte und wird auch umgesetzt. Also die Kunden loben bei Malibu letztendlich die hochwertige Veränderungen. Die Verarbeitung, die Qualität, die Raffinessen. Die Kunden geben mir zurück, dass vom Hersteller viel auch auf die kleinen Veränderungen eingegangen werden, die so ein Produkt dann immer wieder verbessern. Auch nachhaltig so zu gestalten, dass es auch langjährig nutzbar ist. Diese Veränderung, gerade diese Veränderung ist das, was der Kunde schätzt an der Marke Malibu.